Ich glaube, man kann ihn in dieser Form nicht nicht nominieren für die Euro. Ich glaube eher, dass Marco Grill dabei sein wird bei der Euro. Mit Flickstatter ist Marco Grill natürlich nicht, aber ich würde ihm sehr, sehr große Chancen sehen, dass er sehr große Chancen hat. Ich rechne eher mit Matthias Seidel, wenn wir bei Rapid bleiben, als mit Marco Grill, der vielleicht den Cut in einem 23-Mann-Cadar nicht schaffen könnte. Also ich bleibe dabei, Marco Grill muss zur Euro. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Ja, er hat sich entschuldigt. Kaufe ich ihm das ab? Ja. Ich glaube, man kann ihn in dieser Form nicht nicht nominieren für die Euro.